Der Chef der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat eine Normalisierung der Erledigung, wie er sagte, einseitiger und gewaltsamer Staatsgeschäfte gefordert. Die Forderung unterbreitete er am Donnerstag auf seiner Neujahrspressekonferenz. Präsident Yoon Song-yeol forderte auf, Maßnahmen zur Auslöschung der Opposition zu stoppen. Die Jungen-Regierung habe sich der Zerstörung des Oppositionslagers hingegeben, indem sie mächtige Behörden mobilisiere und nur mit Worten Unterstützung für die politische Kooperation zum Ausdruck bringe. Die Regierung habe die Bevölkerung getäuscht, so Yi weiter. Er erneuerte sein Angebot für Gespräche mit dem Präsidenten. Dieses sei weiterhin gültig. Die Regierung werde als bislang Einzige dafür kritisiert, mehr als acht Monate nach dem Amtsantritt keine Gespräche mit dem Oppositionschef geführt zu haben. Der Parteivorsitzende schlug bei der Pressekonferenz außerdem einen Notfallplan im Wert von 30 Billionen Won oder 24 Milliarden Dollar vor, um die Krise beim Auskommen der Menschen und der nationalen Wirtschaft zu überwinden. Auch wiederholte er seine Forderung nach einer Änderung der gegenwärtigen Machtstruktur durch eine Verfassungsänderung, damit ein Präsident für vier Jahre gewählt wird und einmal wiedergewählt werden kann. Zurzeit beträgt die Amtszeit fünf Jahre, eine Wiederwahl ist nicht möglich. Der Krisenchef der Regierungspartei Macht des Volkes, Chong Jin-sok, kritisierte Yi anschließend. Yi's Pressekonferenz sei voll von einseitigen Behauptungen gewesen, sagte er. Die Forderung nach der Verfassungsänderung sei lediglich eine List, um von seinen eigenen rechtlichen Problemen abzulenken, so der Krisenchef weiter. Yen, dasaa. Der Ministry weinen.